Hallo Leute, ich bin's, der Tobson und wahrscheinlich habt ihr es logischerweise schon im Videotitel gelesen, worum es sich heute handelt, nämlich um Gaming-Headsets vs. Großmembran-Mikrofone bzw. Studiomikrofone und warum sich Studiomikrofone größtenteils für Gaming-YouTube-Videos oder Voice-Overs oder generell Livestreams und alles was mit Gaming zu tun hat, sich besser eignen im Gegensatz zu Gaming-Headsets. Ich spreche nämlich da aus eigener Erfahrung, weil ich habe damals vor ein bisschen mehr als fünf Jahren auf YouTube selber mit einem Gaming-Headset angefangen und habe mit dem Mikrofon vom Gaming-Headset auch Commentaries gemacht und das Ganze fast zweieinhalb Jahre, bis ich dann nach zweieinhalb Jahren mir mal gedacht habe, so ein Studiomikrofon ist schon was Besseres, holst ihr das mal. Und ich bereue es logischerweise bis heute nicht, weil ihr hört ja, die Tonqualität hört sich super an. Die kann man auch danach hinein noch ein bisschen in den Audio-Video-Bearbeitungsprogramm ein bisschen nachbearbeiten, damit sich das Ganze noch ein bisschen besser, noch ein bisschen klarer anhört, noch ein bisschen basslastiger, damit sich das noch ein bisschen verbessert vom Standardton her, vom Studiomikrofon. Ihr hört gerade meine Stimme durch das Blue Yeti Großmembran-Mikrofon bzw. Studiomikrofon, wie immer ihr es auch nennen wollt und das nutze ich jetzt schon seit einiger Zeit. Davor hatte ich ein anderes Großmembran-Mikrofon, was ich noch immer habe, das benutze ich mittlerweile aber nur noch zum Streamen und zwar einmal das T-Bone SC450 und das ist auch ein Großmembran-Mikrofon, was einen sehr guten Klang hat, aber ich wollte halt eins haben, was ich fest auf dem Tisch noch stehen habe, womit ich meine Commentaries aufnehmen kann und da bietete sich das Blue Yeti halt am besten an. Aber ich will euch jetzt nicht nur damit verlabern, warum denn Studiomikrofone so viel geiler sind. Es gibt natürlich auch Gaming-Headsets, die einen sehr guten Podcast-Sound haben, wo man sagen muss, die hören sich auch nicht schlecht an. Eins davon habe ich, einmal das GSP von Sennheiser bzw. GSP350, um genau zu sein, von Sennheiser und das hat ein sehr gutes Podcast-Mikrofon und wenn man das Ganze nachher noch ein bisschen im Audio-Bearbeitungsprogramm, ich benutze dafür Order City, noch ein bisschen nachbearbeitet, hört sich das auch gar nicht mal so schlecht an, wobei ich euch noch immer empfehle, am besten immer zum Großmembran-Mikrofon zu greifen. Wenn ihr jedoch lieber so einer seid, der sich lieber hinsetzt, was live aufnimmt mit der Elgato und einfach labern will und das Ganze mit einem Headset machen will und keinen Bock auf so ein Studiomikrofon hat, ja, der sollte sich dann eins kaufen mit einem guten Podcast-Sound, wobei Studiomikrofone immer die beste Qualität hat und das würde ich halt nicht ändern. Ich werde jetzt mal durch meinen GSP350 von Sennheiser sprechen und dann hört ihr mal den Unterschied. Jetzt hört ihr mich durch das Sennheiser GSP350, das ist ein Headset, was sich im Mittelklasse-Bereich bzw. fast schon bis in den teuren Bereich bewegt. Da reden wir so von 120 bis 130 Euro, wo das Mikrofon wirklich im Podcast-Stil gehalten ist, das hört man auch ein bisschen, aber es ist ein klarer Sound und vor allen Dingen hat man kein großartiges Rauschen im Hintergrund, was einen nerven könnte, wie man das ja bei vielen anderen Headsets hat, die jetzt so zwischen 30, 60, vielleicht auch noch 70 Euro kosten. Da hat man deutlich oft Rauschen im Hintergrund, das hat man hier nicht, das wird sehr, sehr gut unterdrückt. Also es hat einen guten Filter im Mikrofon selber schon drin und das hört sich nicht schlecht an. Wobei man sagen muss, der Sound ist wirklich ein wenig dumpf, also das merkt man schon stark, finde ich zumindest. Das Ganze kann man aber auch noch ein bisschen aufarbeiten mit einem Audio-Bearbeitungsprogramm, wie zum Beispiel Order City, was ich hier habe. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie sich das anhört, wenn man das noch ein bisschen nachbearbeitet. Jetzt habe ich die Einstellungen im Order City vorgenommen und ihr hört noch immer genau das gleiche Headset wie gerade eben, nämlich das GSP 350 von Sennheiser. Ist das gleiche Headset, hört sich aber komplett anders an, nur mit ein paar anderen Settings, die man verändern kann im Order City. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kompressor drüber gemacht, einen kleinen Bassboost, aber einen nicht zu hohen Bassboost, sonst ist das Ganze ein bisschen zu übersteuert. Dann noch die Höhen und Tiefen des Klangs ein wenig verstellt und dann die Tonspur nochmal normalisiert. Also für den Laien gesagt, damit das Ganze nicht zu übersteuert ist und zu laut. Und schon hat man ein Headset, was sich fast wie ein Studiomikrofon anhört. Ihr hört, es hört sich wirklich sehr akzeptabel an. Also da kann man wirklich, wenn man Commentaries machen möchte, kann man da eigentlich ganz gut Videos machen. Also da kann man sich eher weniger beschweren, wird ja der andere YouTuber sagen. Aber ich will jetzt erstmal wieder zurückswitchen und labere jetzt erstmal auf mein normales Mikrofon weiter, weil das mache ich halt einfach lieber. So, jetzt spreche ich wieder durch mein Studiomikrofon Blue Yeti, so wie ihr das sonst immer eigentlich gewohnt seid. Und ihr seht, man braucht, um ein gutes Commentary zu machen mit einer guten Stimmqualität, braucht man nicht unbedingt ein teures Großmembran-Mikrofon wie zum Beispiel das Blue Yeti oder eins von Rode. Das braucht man nicht zwingend. Für ein ganz normales Commentary reicht auch ein sehr, sehr gutes Headset, wenn man sich denn mit den Order City Audio Settings auskennt. Dann kann das fast klingen wie ein Großmembran-Mikrofon, wenn man sich denn ein bisschen mit dem Programm beschäftigt. Also das ist alles machbar. Dennoch rate ich euch immer zum Studiomikrofon, weil da kann man halt einfach wirklich deutlich mehr mit machen. Das ist halt nun mal leider so. Aber wer sich denkt, ich will nicht so viel ausgeben, der kauft sich dann meinetwegen für 80 bis 100 Euro ein Headset, hat ein Headset und ein Mikrofon im Paket quasi zusammen. Wenn er zum Beispiel nicht für beides Geld ausgeben will, für ein Studiomikrofon und für ein Headset, dann kauft er euch ein relativ gutes Headset und könnt das dann auch im Order City noch ein bisschen nachbearbeiten, damit sich das halt auch fast wie ein Großmembran-Mikrofon anhört. Damit es aber nach dem Video nicht heißt, ich hätte nicht erklärt, wie das genau um Order City geht, was ich denn für ein Arschloch bin, ja, zeige ich euch das jetzt nochmal mit Bildern beziehungsweise Screenshots von Order City selber. Um diese Tonqualität zu erlangen, wohlgemerkt, das geht natürlich nicht mit jedem Mikrofon, deswegen solltet ihr euch immer vorher eine Review angucken, wie denn das Mikrofon klingt von dem jeweiligen Headset. Weil ansonsten könnt ihr euch meinetwegen für 200 Euro ein Headset kaufen, kann aber trotzdem sein, dass das Mikrofon da dran scheiße ist und dann habt ihr den Salat. Weil teuer heißt nicht immer gleich mega geiles Mikrofon am Headset. So, und zwar macht ihr folgendes, ihr geht auf Order City, geht dort auf Effekte, wenn ihr auf Effekte geklickt habt, geht ihr auf Kompressor, macht dort einen Kompressor drüber. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr wieder auf Effekte logischerweise und geht auf Equalizer. Wenn ihr auf Equalizer wart, wählt ihr Bassboost aus oder Bassboost auf Deutsch meinetwegen oder wie auch immer, hier heißt es auf jeden Fall im Order City Bassboost, Bassboost auf Englisch ausgesprochen. Ja, und klickt auf OK. Dann geht ihr wieder auf Effekte und klickt auf Normalisieren. Dann wieder auf Effekte und wenn ihr auf Effekte geklickt habt, wieder auf Equalizer. Im Equalizer klickt ihr dann auf Trebleboost und drückt dann OK. Wenn ihr das gemacht habt, ist der letzte Schritt nochmal auf Effekte zu klicken und dann auf Normalisieren erneut zu klicken. Und dann habt ihr die Sprachqualität, die ihr gerade von mir gehört habt. Ich wollte euch mit diesem Video einfach mal zeigen, dass man auch mit einem Gaming Headset wirklich gute Tonqualität erlangen kann. Jedoch sollte man dennoch immer zum Großmembran-Mikrofon greifen, wenn man denn das nötige Kleingeld hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wollte das schon länger mal machen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Naja, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.